Der From-Ball wurde konzipiert, um das Medizinballtraining neu zu beleben. Das From-and-From-Ball steht für Full Range of Motion. Da wir nach neuesten trainingswissenschaftlichen Erkenntnissen der Ansicht sind, dass Training nur dann effektiv ist, wenn wir in der vollen Bewegungsamplitude trainieren. Der Vorteil hierbei ist, dass Koordination, Schnelligkeit, Beweglichkeit, all die Grundeigenschaften mit trainiert werden. Damit schaffen wir es mit einem Tool, einem universellen Trainingstool, Partnerübungen, Individualübungen, vielseitig einzusetzen. Outdoor-Personal-Training, funktionelles Kleingruppentraining, viele Zielgruppen können damit erreicht werden. Und somit ist das Tool dann auch in vielen diversen Sportarten einsetzbar. Der From-Ball ist sehr griffig und in modernen Farben gehalten. Das ermöglicht es dem Trainer auch besser zu kontrollieren, ob seine Athleten das richtige Gewicht gewählt haben. Das wird vor allem im Rahmen von Gruppentraining und im Kleingruppenrahmen sehr praktisch. Das Training mit dem From-Ball ist für jeden geeignet, sowohl für Einsteiger, Freizeitsportler als auch Profisportler. Mit dem From-Ball lässt sich individuell an deinen persönlichen Trainingszielen arbeiten. Du kannst die Schnelligkeit, Beweglichkeit oder auch die Koordination damit verbessern. Das Medizin-Ball-Training mit dem From-Ball finde ich viel besser als mit dem herkömmlichen, normalen, schweren Leder-Medizin-Ball. Weil der From-Ball leichter ist und ganz andere Flugeigenschaften hat. Und somit ist das Training eben nicht nur effektiv, sondern es macht auch richtig viel Spaß. Und zwar allen Beteiligten, nicht nur dem Trainer, sondern auch dem Trainee, dem Sportler. Und selbst wenn ich im Gruppentraining mit mehreren zusammenarbeite und auch die Sportler untereinander miteinander arbeiten, dann macht es auch immer noch jedem Spaß.